Wir sind Weltumsauerung bei Dekas oder einfach Rebekka und Patrick und reisen mit unserem Sauerer rund um die Welt. Wir lieben es in den Bergen zu sein, sei es beim Wandern, beim Klettern oder auf Hochtouren und im Winter mit den Snowboards. Wenn es ein schönes Bergseil hätte, lieben wir drinnen zu schwimmen und natürlich dürfen unsere Bikes nicht fehlen. Auf unserer Reise sind wir am 31. Mai 2019 gestartet und sind seit 7,5 Monaten durch Georgien über die Mongolei nach Kyrgyzstan gereist durch 17 Länder. Unsere Freude für Neues zu entdecken ist noch lange nicht gestimmt. Wieso genau diese Region? Die unberührte Landschaft und die für uns unbekannte Kulturen macht den Reiz aus. Was sind unsere nächsten Pläne? Wir sind seit Anfang September wieder zurück in Kyrgyzstan. Im Moment, die Pläne zu schmieden, ist sehr schwierig, da durch Corona alle anschliessenden Länder die Grenzen noch geschlossen haben. Die eigentlichen Pläne wären mal gewesen, nach Iran, Pakistan, Indien, vielleicht bis nach Australien oder Japan zu reisen. Aber wir werden sehen, was es sich ergibt. Die meistgestellte Frage, wieso einen Saurer? Wir haben uns für einen Saurer entschieden, weil er sehr wenig an Elektronik hat und eine sehr einfache Mechanik darunter verbaut ist. Wo eigentlich jeder Mechaniker auch in diesen Ländern noch sehr oft damit konfrontiert ist und dadurch uns sehr schnell helfen kann. Oder wir hoffen es, dass er uns sehr schnell helfen kann. Unser Saurer wird sowieso sehr häufig mit einem K-Mass verwechselt, das ist ein russischer Lastwagen. Während der Corona-Zeit mussten wir, Zeit wieder in der Schweiz zu verbringen und haben dabei gelernt, mit der Kamera unsere Erlebnisse zu filmen. Ob jetzt jede Woche ein Filmen kommt, wissen wir noch nicht genau. Aber wir werden uns Mühe geben und freuen uns über jeden virtuellen Mitreisenden. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Halt! 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 Vielen Dank.